Ja, wie viel aus Erdkant wird? Eine Frau, die schockiert. Wir können aber abkommen, wenn eine Bauer in einem Klub Fußball spielt, aber in einer gewissen will. Während viele Vereine sich in der Nähe eins gehen, gehen hier nämlich auch Schwarzschöf. Der höchst Preis ist auf den Männerjährigen Spieler froh. Und das auf Basis von einem Avalaf-Reglement. Wir schätzen heute von Zungen von vielen hundert Euro. An heimste auch am feierstellerschen Bereich, die den neuen Klub berappen muss. Aber wenn der Klub den neuen Spielern nicht so viel wert ist, muss ein Teil bezüllen. In Praxis, die auch den Ombudskomitee für Trastoff und Kant an er singen im Rapport 2015 scharf kritisiert. Trafal Dickes aus der ganzen Sache muss noch gehen. Fussball ist ein Sport für die Reine in der Portemonnaie. Die Kinder werden da ja gehen, wenn andere Vereine wissen wollen. In den letzten Jahren kann jeder nicht mehr sein. Ich glaube, das ist typisch etwas, wo die Avalaf-Reglemente an Sachen nicht mehr vorgestellt werden kann. Indemnitäten für alle Vereine führen auch bei Kaner absolut just die Vierjahrt von die Verdäms der WLF. Die Fußballvereine, die drei Feiermord vorgelegt werden, das hängt auf wen auf. Kaner holen, Kaner empfang holen, Kaner encadrieren, nicht mehr trainieren, wenn sie um sie kümmern, sie dürfen mehr Feier in den Schong strecken. An ihrer Anforderbank parlamentarisch froh von David Wagner heischen sowohl den Edukationsminister wie auch den Sportminister Transfersgelder bei Männerjährigen gut, für die Formationskasten zu decken und die Neuerung von den Äquipen zu sichern. Außerdem gibt es Praxis weltweit, wo FIFA und UEFA-Verbänder pliziert gehen, so die Schreifers. Man hat also moralisch überhaupt vertretbar, Kaner für Sohn zu tauschen, aber weiss er ja mit der Sängerin Chi-Jung in der Bühne. Fussball hat das von kleinen Mund im Lied am Singleidenschaft. Man hat von der Führte nur angefangen, an einem größeren Verein zu spielen. Für rund zwei Jahre, als Minim wollte die Beauf tun, an einem kleinen Klubweseln. Ich wollte hier fort, weil das einfach zu viel ging. Ich hatte dann viermal die Woche ein Training plus zwei Matchen. Ich habe die ganze Zeit mit dem Eisten gehabt, ich habe die dritten gehabt, dann habe ich die zweite, dann habe ich die Eisten. Und ja, das wollte ich einfach nicht mehr. Wie zum Gespräch mit dem Allklub gekommen, sollte Liam seinem Mann aus alle Wolle gefallen. Es wurde dann gesagt, dass Liam alle 500 Euro kam. Das war natürlich ein enormes Zorn, und der Klub, der natürlich auch als kleiner Klub nicht konnte gehen. Aber wenn man so einen Klub verschiebt, man kann, so viel muss gehen, das geht ja nicht. Und was der Kerr immer gesagt hat, dann bleibt der Bau frei und da spielt er nicht mehr. Druckmittel hat gewirkt. Tessi Baustart hat schlussendlich noch gehen, für das ihre Bau überhaupt kein weiter Fussball spielen können. Wenn man nicht gesagt hat, okay, dann lehne ich dann den Rest so bei, die 700 Euro, für das die Jungen freigeschwert gehen vom Klub quasi. 700 Euro aus der eigenen Tasche. Ein Stolz zum, die nicht schon der Ältere einfach so auf den Tisch legen können. Wir wollen wissen, wer die bei der Fussball-Föderation für so enge Praxis hält. Nein, das tut sich ja nicht wünschenswert. Dann hört auch die Verein, wo sol die Grundreglement nicht kommt, das entspricht nicht dem Reglement. Wie gesagt, nein, hier waren die zwei Vereine, sich eine Dänzke bestehende, ganz klar, das Reglement auf die Funktion vom Alter vom Beruf, wo es pro Jahr so viel ist, und da steht zu kängen, bei kängen Mengen-Transfer, dass Spieler pro Jahr 900 Euro kosten. Und das ist ein Artikel 51 im Avalaf-Reglement, den der Fall regelt, wo zwei Vereine und die Eltern sich nicht entspricht über den Transfer von einem anderjährigen Spieler. Der am Ende könnte zu einem sogenannten Transfer temporär dem Mission. In diesem Fall mussten alle Vereine die Spieler zu einem festgelöschten Preis gehen lassen. Der Transfer lebte aber über eine Periode von drei Jahren. Für Liam, der zum Zeitpunkt des Transfer an der Altersklasse von der Minim war, wären am meisten in dem zweiten Jahr alle 300 Euro ausgefallen. Am dritten Jahr wäre die Jungen in der Kategorie Scholar geklommen, das hätte der neue Klub 400 Euro gekostet, und für den Transfer nur drei Jahre definitiv zu machen, wäre er nach einmal 400 Euro ausgefallen. Und nach dem Stress hätte der Vereine über drei Jahre 1.200 Euro Entschiedschen und den alten Klubmüssen bezahlen. Ob diese Form von Transfer wollte der Vereine FC Eilering sich ganz bewusst nicht erlösen. Wir machen das nicht, weil der bezahlt ein oder zwei Jahre, und das kann er nicht zufrieden, und da gehen sie dann zurück an ihren Klub, sodass die Söhne dann in dem Moment verloren sind. Für die Söhne könnte er dann eine Uniform oder so sein, dass das nicht passiert kann. Demnach wollte der FC Eilering sich lieber mit anderen Vereinen auf einen direkten, definitiven Transferverfahren mehr nachher zum Einigen. Und die 900 Euro wäre noch viel zu sein, so der Präsident. Wenn ihr bedenkt, dass bei den zehn Jahren ein Transfer an neuesten Divisionen im Durchschnitt von 300, 400, 500 Euro wird, dass schon 900 Euro viel zugeführt wird für Kant, wird im Fungel nach ausgebildet werden. Das hängt vom Potenzial des Kanndorf. Der Meinung ist Dario Maric zuständisch für die Jahre rund um Städte Rassing. 400 Kaner sind an der Fussballakademie und verloren gekostet. Talente wie Kiki Martins und Dwayne Holtag haben ausgebildet und an das Ausland verkauft. Demnach kann den Investor ja zu gut ausgelöst sein. Als ich gesagt habe, dass er mit dem Spieler ein richtiges Talent hat, und er kann einen guten Spieler geben, dann sind die 1'000 Euro ganz billig ausgelöst. Dann kann ich aus dem Spieler trotzdem, wenn wir einen internationalen Transfer enthalten haben, ich denke, die Vereine können es einfach durch einen Benefis machen. Man soll den Sportverein überhaupt suchen für den Kant den Klubwieselwöl? Mit dieser Frau hat der Ombudsmann für die Rechte vom Kant sich aus dem E-Klub gesetzt, nur dass sich einer betroffene Ältere beschwert hat. Unser Malaise könnte hier das Kanadern aber nicht mehr geben und es gibt auch einen Wert von einem Spieler festgelegt. Der Wert besteht schon daran, dass der E-Klub nicht für den anderen Spieler bezüllen wir nicht. Während dem für den anderen kann man durchaus bereit sein, auch etwas zu bezahlen. An das müssen wir den Anfang von keiner Jugendlichen weghalten. Eine ungesunde Situation resümiert den Ombudskomitee seinem Rapport vom Jahr 2015. Bei diesem Fall hat er gesagt, dass er einen anderen Blickwinkel ist. Es gibt noch kein Sucher gefreut für den Kant, dass ein Verein, den den Kant über Jahre ausgebildet wird, eine minimale Entschädigung für die Ausbildung. Also, dass nicht die Kammer zu suchen transferiert werden, sondern wenn ein Kant füllt den Verein Wieselen, den den Verein, den den ausgebildet wird, eine kleine Entschädigung für das, was über Jahre teilweise an den Kant investiert wird. Das wäre nicht für die Überhauptjahre in der Arbeit zu können, so Paul Philipp. Viele Eltern sind sich aber gar nicht bewusst, was sie kann, dem Fussball anzuschreiben, dass der Klub von Poussinsalter aus so froh kann, für das Wieselen zu lassen. Eine Entschädigung von 900 Euro kann Tessi Baust das nicht nur vollziehen. Ich fand es einfach zu teuer. Ich denke, wenn ich für die Kant vielleicht auch keine 150 Euro oder 200 Euro freie, dann finde ich das absolut gerechtfertigt. aber es lohnt nicht, die Zunge, die sie am Moment sind, zu verhandeln. Dann kann es pro Kant pro Saison geben, die 500 Euro von verschiedenen Vereinen konfirmiert, dass die Kortisationen die die Klub froh und das Freie bei weitem nicht Decke leidet auf der Hand. Auch zu Ehlern streiten sie nicht auf, dass sie Frauen suchen zu kriegen für Spieler, die fortgehen. 90 Prozent der Fall geben die Verhandlungen und den Klub auch korrekt und fair verlaufen, aber kein mehr wo auch immer nächstes zu erbüren. Wir haben noch Fall gehabt, in der Vergangenheit, wo keiner eine Lizenz gemacht hat und nicht einen Fall zum Terren hat. Da gingen sie ein Junior, da gingen sie ein Junior, da gingen sie Sommerferien, und sie hat noch nie gespielt. Das hatte man ja konkret. in der Vergangenheit in der Vergangenheit. In der Praxis hat sie auch von einem Pappkonfirmiert, wie er selbst den Trainer war. Der Mann, der anonym will, schreibt das in einem Mail. Bei vielen haben sie die Lizenzen zurückgeschickt und der WLF gefragt. Sie haben die Eltern gefragt, dass sie nicht kommen können. Demonstrativ ist ein dicker Paar, der knapp an der WLF bezahlt wird. Lizenzen für Kanäle, die nicht mehr im Verein waren, und auch keine Kotisation bezahlt haben. Die Statistiken der WLF gingen 95 % der Fälle bei den Transferern von Spielerinnen an den E-N-E-N-S-Gin. Dem Liam ist ein Transferfeld in eine andere Kategorie. Die Statistiken erfassen also, wie die Eltern einen Druck zur Käsegeburt gingen, nach wie viele Kanäle ihre Lieblings-Hobby unter Null hängen. Die Statistiken verraten uns auch nicht, an wie viele Fälle suchen, um recht von Jungen-Spieler zu machen, die jahrelang überhaupt keine Ausbildung in Ausspruch geholt haben. Der WLF rechtfertigte die Reglemente an dem Argument, dass sie von Türen-Formationen unterstützen. Die Rechnung geht aber nicht mehr für all die Bedehle stopp. in der Türen-Formationen und die Türen-Formationen magasin. Türen-Formationen 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 nicht mehr mit und die Türen-Formationen Türen-Formationen Türen-Formationen